Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr dieses Mal auch wieder mit dabei seid. Das freut mich sehr. Heute gibt es einen Fall für euch, der, ja, ein bisschen speziell ist. Er ist ungeklärt, es ist eigentlich ein Vermisstenfall, ich würde aber fast schon sagen, es ist ein ungeklärter Mord, ein ungeklärtes Tötungsdelikt, denn keiner geht mehr so richtig davon aus, dass Sandra Doland noch leben könnte, aber offiziell ist es ein Vermisstenfall. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal direkt mit der Folge. Sandra Doland lebte damals in Eidorf bei Bonn, genauer gesagt im Ortsteil Eidorfbach. Dort soll sie seit 2006 gelebt haben. Das ist so ein kleines 400-Einwohner-Dörfchen im Rhein-Sieg-Kreis. Und Sandra war damals 42 Jahre alt im Jahr 2012. Gebürtig kam sie eigentlich aus Rostock. Sie war Verkäuferin in Teilzeit in einem Lebensmittelgeschäft in Eidorf und hatte zwei Kinder. Eine damals sechs Jahre alte Tochter und einen 18 Jahre alten Sohn. Ihr Sohn lebte, soweit ich weiß, nicht mehr mit in dem Haus, hat dort aber mal gelebt. Und Sandra lebte mit ihrer kleinen Tochter eben zusammen und mit ihrem Partner Heiko. Den Namen Heiko habe ich geändert. Heiko war aber nicht der leibliche Vater von Sandras kleiner Tochter. Ihre beiden Kinder stammen aus früheren Beziehungen. Sandra wird als lebenslustig beschrieben, offen, freundlich und auch durchaus attraktiv. Mit Heiko hatte Sandra sich zusammen ein kleines Häuschen gekauft und die Familie benötigte aber mehrere Jobs, um dieses Häuschen überhaupt abbezahlen zu können und natürlich auch ihr Leben, ihren Lebensstandard weiterführen zu können, mit allem, was eben so dazu gehört. Ihr Mann ist Koch im Krankenhaus gewesen und hat zusätzlich noch Zeitungen ausgetragen. Außerdem hat die Familie noch Hunde gezüchtet. Aber die Beziehung oder die Ehe zwischen Heiko und Sandra stand unter keinem so guten Stern, muss man sagen. Glücklich war zumindest Sandra wohl zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr mit ihrer Ehe. Sie sollen sich recht häufig gestritten haben und aneinander vorbeigelebt haben. Auch soll Heiko Sandra wohl kontrolliert haben. Manche Artikel, die man da so im Internet liest, sprechen sogar von Unterdrücken. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich gebe euch ja immer nur das wieder, was eben in den Artikeln so niedergeschrieben wurde. Ihr Handy soll auch ständig kontrolliert worden sein, genauso wie ihr Computer steht in den Artikeln teilweise. Sandra soll sogar schon in Psychotherapie damals gewesen sein. Dort wurde ihr geraten, sich auch eine räumliche Auszeit von ihrer Ehe zu nehmen. Auch soll sie bereits mit einem Nervenzusammenbruch im Krankenhaus gelegen haben. Für Sandra war dann klar, dass sie erst mal aus dem gemeinsamen Haus zusammen mit ihrer kleinen Tochter ausziehen wird. Durch eine Bekannte kommt sie dann an eine Wohnung. Drei Zimmer und von der Größe eigentlich perfekt für Sandra und ihre kleine Tochter. Sie hoffte durch den Abstand wieder besser mit ihrem Mann oder ihrer Ehe klar zu kommen und auch seelisch wieder auf einen grünen Zweig zu kommen, denn sie soll auch bereits Antidepressiva von ihrer Hausärztin verschrieben bekommen haben. Hat wohl auch zusätzlich Angstzustände entwickelt. Es muss ihr also psychisch wirklich schon eine ganze Zeit nicht besonders gut gegangen sein. Ihr Mann fand die Idee mit der neuen Wohnung zwar nicht so prickelnd, schließlich kam die Familie ja so finanziell gerade so über die Runden und Sandra musste nun ja auch die andere Miete stemmen und er die Raten dann wahrscheinlich fürs Haus alleine tragen. Aber auch so fand er die räumliche Trennung wohl nicht besonders toll. Aber trotz alledem soll er Sandra erstmal bei den Umzugsvorbereitungen in der neuen Wohnung geholfen haben, zumindest diese so weit fertig zu machen, dass einem Einzug nichts mehr im Wege gestanden hätte. Am 8. September 2012 frühstückt sie mit Heiko noch und die beiden sind dann später zu der neuen Wohnung gefahren, ein paar Sachen vor dem Umzug dort erledigen. Und später hatte Sandra dann noch Spätdienst im Supermarkt und musste bis circa 22 Uhr dort arbeiten. Die Kollegen sehen Sandra dann am 8. September 2012 nach 22 Uhr, wo sie eben dann den Supermarkt verlässt, das soll ein Rewe-Supermarkt gewesen sein, das letzte Mal. Es war eine Woche vor ihrem geplanten Umzug, quasi eine Woche vor ihrem neuen Leben. Zu Hause muss Sandra dann so circa um 22.30 Uhr angekommen sein. Und im Haus soll sie dann noch mit ihrem Ehemann Heiko über Geld gesprochen haben. Sie hatte nämlich scheinbar keines für die Kaution. In der Darstellung bei Aktenzeichen XY damals wurde da ein Betrag von circa 600 Euro erwähnt. Daraufhin soll es laut Heiko zum Streit gekommen sein und Sandra und er sind dann zusammen ins Bett gegangen, schlafen gegangen und da hat sie ihm dann noch gesagt, dass sie morgen von jemandem abgeholt werden würde. Aber wer das denn sei, das ginge ihren Ehemann nichts an. Übrigens ist selbst den Kollegen aufgefallen, dass Sandra in der letzten Zeit viel SMS damals erhalten hatte. Allerdings soll der Mann, mit dem Sandra Kontakt hatte, eher ein unverfänglicher Flirt gewesen sein. Also noch nichts Ernstes. Ja, die beiden sind dann ja schlafen gegangen und Sandras Ehemann wacht am nächsten Morgen, dem 9. September, so circa um 9 Uhr auf und bemerkt dann eben, dass Sandra nicht mehr im Haus ist. Als sie am Montag dann auch nicht auf der Arbeit erscheint, haben ihre Kollegen sie als vermisst gemeldet. Die Polizei schaltet sich auch ein und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer hat Sandra Dolan seit dem 9. September 2012 noch irgendwo gesehen, wird dort unter anderem damals gefragt. Erst vermutete man auch Suizidabsichten, vermutlich aus der psychischen Vorgeschichte, aber selbst ihre Kollegen haben das damals ausgeschlossen, da sie ihre beiden Kinder nie im Stich gelassen hätte. Sandras wichtige Medikamente sind auch zu Hause geblieben. Genauso hat sie kaum Persönliches mitgenommen. Sollte sie also aus freien Stücken wirklich weggegangen sein, ist das schon komisch, dass man dann nicht wirklich etwas von sich mitnimmt, auch nicht seine Medikamente. Das Grabachtal in Eiddorf wird im strömenden Regen von Polizisten damals durchsucht. Das Gebiet ist sehr ländlich, teils ein bisschen hüglich. Gefunden hat man dort aber natürlich nichts, auch wenn die Suche sehr aufwendig gewesen ist. Man hatte auch sogar mit einem Hubschrauber das Gebiet in Eiddorf und Hennef, das ist so ein Nachbarort, überflogen, aber auch dort keine Spur von Sandra. Auch waren unter anderem Taucher in der Sieg unterwegs, aber auch dort kein Hinweis auf den Verbleib von ihr. Und Ende März 2013 kam der Fall dann bei Aktenzeichnix Y, weil man eben nicht weitergekommen ist. Damals gab es 200 Hinweise, aber keine Spur führte wirklich zum Auffinden von Sandra Doland. Ein wenig später aber meldet sich nun eine Frau bei der Polizei. Sie erzählt den Beamten, dass eine Freundin von ihr, die neue Partnerin oder Geliebte von Heiko Doland wäre und ihre Freundin ihr erzählt habe, dass Heiko ihr gesagt habe, dass Sandra getötet wurde, und zwar von ihm selber. Vermutlich konnte Heikos neue Partnerin oder Geliebte, was sie so richtig war, das widerspricht sich leider in vielen Artikeln, nicht mehr innehalten und hat sich dann eben einer Freundin anvertraut. Darauf durchsuchte man ein Waldstück bei Mittelscheid der Stadt Hennef und durchsuchte damals nochmals Eiddorfbach. Vermutlich gab es in der Aussage der Freundin Andeutungen auf die Gebiete, gefunden hat man dort aber nichts. Aber durch die Aussage der Freundin und auch später der Partnerin von Heiko wird Haftbefehl gegen ihn im August 2013 erlassen. Er habe seiner Partnerin erzählt, und das ist jetzt wirklich makaber, er habe Sandra umgebracht, genauer gesagt erwürgt, dann zerstückelt und in der Krankenhausküche entsorgt, also im Krankenhausmüll. Ja, da musste ich auch erst mal schlucken, als ich das gelesen habe, ehrlich gesagt. Der Polizei sagte er aber damals ja, es gab Streit wegen der Kaution und Sandra wollte sich am nächsten Tag ja von jemanden abholen lassen. Dann kommt es auch zum ersten Gerichtsprozess, da kommen dann auch schaurige Details ans Licht. Die Freundin soll wohl auch mal eine Freundin von Sandra gewesen sein, ob das allerdings wirklich stimmt. Da widersprechen sich manche Artikel, deswegen kann ich euch das nicht zu 100 Prozent jetzt so sagen. Und diese Freundin hat sich dann eben an Heiko rangemacht, um eben herauszubekommen, was mit Sandra wirklich passiert ist. Die sollen auch auf dem Forum AllMystery irgendwie zusammen erst Kontakt gehabt haben und angeblich soll sie sich dann später in Heiko verliebt haben. Beim Sex habe er ihr dann erzählt, wie er Sandra getötet hat, er habe ihr Beruhigungsmittel vorher eingeflößt und dann sei sie am Morgen eben wach geworden. Und entweder hat er sie dann die Treppe selber runtergestoßen oder sie ist selbst die Treppe runtergefallen. Jedenfalls war ein Treppensturz auch das Ziel von Heiko. Sandra ist dabei aber nicht zu Tode gekommen, wie er das gedacht hat. Daraufhin wurde sie dann erwürgt, vorher aber hatte er wohl auch versucht, ihr das Genick zu brechen. Dann gab es die Aussage, Sandra sei dann zerstückelt worden und mit dem Krankenhausmüll entsorgt worden. Jetzt wieder so eine makabere Aussage. Nur den Kopf habe er dann angeblich nahe des Polizeipräsidiums Bonn abgelegt. Im Prozess und auch in U-Haft hat Heiko dann ausgesagt, dass dies nur eine erfundene Horrorgeschichte gewesen sei. Seine Freundin oder Geliebte, wie auch immer das jetzt mit dem Verhältnis war, hatte ein Faible für Horrorgeschichten. Und die Freundin von Heiko soll auch Diplomatentochter gewesen sein, 46 Jahre alt, und habe erst aus den Medien erfahren, dass Sandra verschwunden ist. Sie hat dann damals eben für sich selbst recherchiert, unter anderem in diesem All-Mystery-Forum und wollte Heiko dann der Sache überführen. Vielleicht war das dann wirklich auch eine Freundin von Sandra, könnte ich mir gut vorstellen, weil vielleicht kannten die beiden sich, sie hat es dann über die Medien rausbekommen und wusste vielleicht, da gab es Streitigkeiten vorher oder so und wollte ihn dann überführen. Macht also Sinn, dass sie vielleicht wirklich vorher auch mal Sandras Freundin gewesen sein könnte. Und ich muss zugeben, die ganze Geschichte rund um Heiko und seine neue Freundin ist so ein bisschen durcheinander, selbst damals für das Gericht. Denn im Mai 2013 hat die Polizei sie auch ebenfalls um Mithilfe gebeten, Heiko zu überführen. Nachdem sie der Polizei ja mitteilte, dass Heiko ihr die Tötung von Sandra ja gestanden hatte, vor ihren Recherchen dachte sie nämlich eigentlich, er wäre unschuldig, aber eben vor den Recherchen. Auch wurde sie, nachdem Heiko ihr ja die Tötung gestanden hatte, von der Polizei mit Abhörgeräten ausgestattet und die Aufnahmen von den Abhörgeräten wurden damals auch als Beweis vor Gericht gewertet. Es war damals im April 2014 ein reiner Indizienprozess, denn es gab keine richtigen Beweise und natürlich auch keine Leiche. Das meiste wurde wirklich aufgebaut aus der Aussage von Heikos neuer Freundin heraus. Es gab auch einen Ortstermin in dem Haus damals noch. Da war auch Sandras Sohn dabei, der auch drei Jahre in diesem Haus gelebt haben soll. Und dabei war, ich nenne es schon auffällig, man muss das ja immer mit Vorsicht sagen, aber für mich wäre es jetzt auffällig, wenn man den Fall so betrachtet, sagen wir es mal so, dass Heiko die Badewanne und die Fliesen im Haus herausgerissen hatte, angeblich um einen Durchbruch dort zu machen. Kann ja auch sein, ist nur in dem Fall einfach komisch, wenn man sich das vorstellt im Zusammenhang eben mit Sandra und der Zerstückelung beispielsweise. Und auch die Matratze vom gemeinsamen Ehebett sei nicht mehr da gewesen. Das kann natürlich vielfältige Gründe haben. Das Haus der Familie wurde auch mehrmals gründlich durchsucht und auch untersucht. Dabei hat man aber nichts gefunden. Auch eine Rechtsmedizinerin wurde im Prozess befragt, ob sie meint, dass der von der Freundin beschriebene Tathergang so von Heiko wirklich durchgeführt worden sein könnte. Und sie sagte damals, dass es schon so gewesen sein könnte. Dann wäre nämlich auch die Treppensturzgeschichte durchaus plausibel, denn Heiko wusste ja nicht, wie man einen Menschen sofort töten könnte. Auch das vorherige Betäuben würde dann Sinn ergeben. Auch soll er geschildert haben, dass Sandra noch röchelte, was beim Erwürgen üblich ist. Auch verlieren viele Menschen dabei noch Urin, hat die Rechtsmedizinerin damals gesagt. Und das könnte laut ihr vielleicht der Grund dafür sein, dass die Matratze entsorgt wurde, weil Sandra vielleicht auf dieser noch Urin verloren hatte. Zehn Tage musste sich Heiko damals am Bonner Schwurgericht für das Verschwinden seiner Ehefrau verantworten. Im Juli 2014 dann verurteilte ihn der Richter wegen Totschlags zu elf Jahren Haft. Man glaubte ihm nicht, die Tötung seiner Frau erfunden zu haben, um seiner neuen Freundin imponieren zu wollen, weil eigentlich imponiert man ja nicht damit, einen Menschen umgebracht zu haben. Auch gab es laut dem Urteil zwei ständige Streitpunkte. Einmal der Umgang mit Geld und die Eifersucht von Heiko. Heiko soll am 9. September einen Versöhnungsversuch gestartet haben und als er abgelehnt wurde, drohte alles zusammenzubrechen, so das Gericht. Die Wut, Verärgerung und Enttäuschung habe ihn dann dazu veranlasst, Sandra einen Stoß zu geben, so dass sie die Treppe heruntergefallen ist. Da sie dann eben gegen seine Erwartungen nicht tot gewesen ist, soll er versucht haben, eben, wie ich ja eben schon sagte, ihr das Genick zu brechen. Und als das nicht funktionierte, würgte er seine Ehefrau und schleppte sie bewusstlos die Treppe hoch ins Schlafzimmer und hat sie eben dann dort erwürgt. Letztendlich dort erwürgt, also nicht unten im Flur bzw. im Erdgeschoss. Auch wurden die Gespräche ja aufgezeichnet. Laut Heiko sollen diese aber nur dazu gedient haben, Gelüste der neuen Freundin zu bedienen. Also die Sachen, wo er ja nicht wusste, er wird aufgezeichnet, eben sozusagen als Beweis. Wurde das ja mit Sicherheit auch beim Gericht vorgespielt. Und alles, was er dann da eben über Sandras Tod oder Sandras Mord erzählt hat, sei eben, um die Gelüste der Freundin zu bedienen. Da fragt man sich, was hat die gute Frau denn für Gelüste? Ja, ist da nicht ganz so, glaube ich, das, was andere Leute so für Gelüste haben. Das Gericht glaubte ihm das auch nicht. Auch, dass Heiko angab, Sandra wollte sich abholen lassen, mache keinen Sinn. Das soll er nur gesagt haben, da ja auch beide Autos zu Hause vorgefunden wurden. Auch soll er zeitnah die Matratze entsorgt haben, als er wusste, dass bei der Suche nach Sandra Spürhunde eingesetzt werden sollen. Und Heiko hatte dann bis zuletzt in diesem Prozess behauptet, mit dem Verschwinden von Sandra nichts zu tun zu haben. Sandras Sohn war damals erst mal erleichtert über das Urteil. Er betonte, dass seine Mutter niemals einfach so abgehauen wäre. Er hoffte damals, mit der Aufarbeitung des Ganzen beginnen zu können. Aber das wurde ihm leider verwehrt, denn die Verteidigung von Heiko Doland ging nach dem Urteil sofort in Revision. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil auch einkassiert. Man gab an, dass die Bonner Richter, der Hauptbelastungszeugin, also Heikos damaliger Freundin, nicht die erforderliche kritische Würdigung ihrer Aussagen unterzogen hätten. Zudem sei im Urteil nicht ausreichend begründet worden, warum die Richter die Schilderungen von Heiko zum Tatgeschehen in dem angeblichen Geständnis nur zum Teil Glauben geschenkt hatten. Das Gericht habe die Angaben zum Ablauf des Streits und der Tötung als Indiz für die Täterschaft herangezogen. Er hatte ja zum Beispiel ja gesagt, dass Sandra zerstückelt wurde und im Krankenhaus Müll entsorgt wurde. Und das haben sie ihm zum Beispiel nicht geglaubt. Auf der anderen Seite, so der Bundesgerichtshof, wurden den Angaben zur Beseitigung der Leiche ja nicht gefolgt. Heiko D. hatte ja angegeben, eben ja, sie zerhackt zu haben. Das glaubten ihm die Richter auch nicht. Und eben, da es da keine Spuren gab, ging man eben nicht davon aus, dass Sandra dort zerstückelt wurde. Man ging eher davon aus, dass sie eben bei Nacht und Nebel weggebracht wurde und vermutlich irgendwo vergraben wurde. Und das sind eben dann so Sachen, die die Richter ihm eben nicht geglaubt haben, ihn aber trotzdem ja eben verurteilt haben. Die Bundesrichter haben darin damals Rechtsfehler in der Beweiswürdigung gesehen. Kurz nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs wurde Heiko damals erst mal aus der U-Haft entlassen. Er musste eine Kaution von 15.000 Euro hinterlegen und sich regelmäßig bei der Polizei melden, bis es zu einem neuen Prozess kommt. Das Haus der Familie in Eiddorf wurde damals übrigens in der Zwischenzeit verkauft. Im November 2016 startete dann der Revisionsprozess von Heiko D. Alle Zeugen vom ersten Prozess mussten dort noch einmal aussagen. Auch Heikos Arbeitskollege schilderte, dass er Mitte November 2012, also zwei Monate nach Sandras Verschwinden, gesehen hat, wie Heiko sein langjähriger Arbeitskollege vier bis fünf große Müllsäcke verladen hatte. Zuletzt haben die beiden im Krankenhaus in Treusdorf zusammengearbeitet. Und als Heikos Freund ihn dann fragte, was er denn dort entsorgte, hat er ihm geantwortet, er habe eine zerschnittene Matratze entsorgt. Der Freund äußert dann im Gerichtsprozess, ich habe einen Mord immer für möglich gehalten. Doch er wollte sich nicht vorstellen, 17 Jahre mit einem Mörder zusammengearbeitet zu haben. Auch die Hausärztin der Familie wurde befragt und berichtete von depressiven Problemen Sandras, kurz bevor sie verschwand. Hatte ich ja eben schon erzählt, hat sie noch an die Depressiva verschrieben bekommen. Zeitweise sei Sandra regelmäßig mit ihrem Ehemann noch in die Praxis gekommen. Heiko habe auf sie sehr dominant gewirkt, Sandra hingegen eher zurückhaltend und zierlich. Im neuen Prozess hatte man laut einem Online-Artikel Heikos damalige Freundin regelrecht auseinandergenommen. Heiko sei sexuell und emotional von ihr abhängig gewesen. Das Geständnis Heikos sei nicht verwertbar. Es liege nahe, dass die Diplomatentochter gezielt Kontakt zu dem damaligen Mordverdächtigen gesucht habe, um ihn zu überführen. Und der Richter machte keinen Hehl daraus, dass die Beweislage sehr mau sei. Man habe damals ja Spürhunde eben im Garten und im Haus eingesetzt, Polizeihundertschaften. Es sei kriminaltechnisch wirklich intensiv untersucht worden, man konnte dort nichts finden. Eine erneute Suche nach Indizien habe nichts Substantielles mehr gebracht. Auch habe das Gericht die Umgebung des Wohnorts in Eidorf noch einmal durchsuchen lassen. Auch Taucher waren da noch mal im Einsatz, aber gefunden wurde weiterhin nichts. Aber auch der Richter geht eben davon aus, dass Sandra nicht mehr am Leben ist. Fakt ist, sagt er aber, Sandra wollte sich trennen. Und Heiko rede voller Hass von ihr und weint ihr keine Träne nach. Kritisch merkte der Richter an, vier Jahre nach dem Verschwinden sei, vieles aber eben auch nicht mehr aufzuklären und habe den Blick womöglich zu sehr nur auf den Ehemann verengt. Heiko D. wurde also so im Dezember 2016 freigesprochen. Er hörte sich die mehr als einstündige Urteilsbegründung regungslos an und ohne sichtbare Zeichen der Erleichterung. Auch eine Entschädigung steht ihm für die Haftzeit nicht zu. Schließlich habe er selbst mit dem Geständnis an seine Ex-Freunde die Grundlage für die Urhaft selbst gelegt. Ein Happy End gab es natürlich nach der Urteilsverkündigung nicht. Es reicht natürlich nicht für Sandras Kinder, muss man sagen. Ihre kleine Tochter soll damals immer noch gefragt haben, wo ihre Mutter denn sei. Und auch Sandras Sohn kann so natürlich keinen Abschluss finden. Man hoffte oder hofft wahrscheinlich auch noch weiterhin, einen anonymen Tipp zu bekommen, wo Sandras Leichnam liegen könnte, um ihn endlich beerdigen zu können. Das Tragische an der Sache sei ja eben, dass niemand weiß, wo Sandra ist, auch wenn man nicht mehr davon ausgeht, dass sie noch leben könnte. Und Reporter vom Generalanzeiger haben sich mit dem Fall auch befasst und schilderten eben, dass sie sich vorstellen könnten, dass es doch so passiert sein könnte, wie Heiko das eben der Freundin berichtete. Jedoch hätte man mehr andere Optionen seitens der Ermittler ausschließen müssen, wie zum Beispiel eben Sandras unverfänglichen Kontakt. Mit ihm hatte sie sich nämlich eigentlich auch am Sonntag, wo sie ja letztendlich verschwunden ist, noch zum Telefonieren verabredet. Oder im Supermarkt, da soll es angeblich einen Stalker gegeben haben, der immer dort einkaufte, wenn Sandra dort am Arbeiten war und angeblich auch mal vor ihrem Haus gewesen sei. Aber auch das wurde wohl ausgiebig geprüft. Man hat die unter die Lupe genommen, aber man hätte es vielleicht noch umfangreicher ausschließen müssen. Vermutlich wurde da, denke ich, auch schon ermittelt. Aber ja, man hatte sich eben sehr auf Heiko eingeschossen. Im Zweifel also für den Angeklagten und für den Ehemann von Sandra gilt bis heute die Unschuldsvermutung. Bleibt halt nur zu hoffen, dass Sandras Familie sie irgendwann noch einmal beerdigen kann und irgendwann auch mal ansatzweise mit all dem Ganzen fertig werden kann. Sandra Doland war wie gesagt damals erst 42 Jahre alt, 1,78 groß, hellblond und hatte schulterlanges Haar. Mit ihr verschwand damals ihr schwarzes Sony Ericsson Handy und eine Adidas-Reisetasche. Und leider glaube ich auch nicht daran, dass Sandra noch lebt. Sie hätte ein neues Leben anfangen müssen dafür oder müsste eben irgendwo gefangen gehalten werden. Das halte ich nicht wirklich für plausibel, ehrlich gesagt. Wenn sie eben noch lebt, müsste sie sonst ja irgendwo gegen ihren Willen festgehalten werden. Und ja, oder sich eben abgesetzt haben. Aber ich halte das beides, wie gesagt, nicht für plausibel. Und für den Ehemann als Täter fehlt es dem Gericht eben an Beweisen. Nur die Aussage der Freundin und zum Beispiel die Aussage von dem Kollegen machen eben keine Verurteilung möglich. Trotzdem finde ich den Fall, ja, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich, ob man solch eine Aussage wirklich tätigt, nur damit eine Frau bei ihm bleibt. Also ich weiß nicht so recht. Auch, dass man im Bad alles rausgerissen hat, hinterlässt zumindest bei mir so ein bisschen komischen Beigeschmack. Das mit der Matratze allerdings, das kann natürlich viele Gründe gehabt haben, weshalb die entsorgt wurde. Auch soll Heiko geäußert haben, er habe die Tochter nun von der Mutter befreit. Was ich auch, wenn die Aussage ja angeblich nur ausgedacht sei, dass Sandra nicht mehr lebt oder umgebracht wurde von Heiko, schon sehr extrem finde. Also das ist ein sechsjähriges Kind und die hat es schon schwer genug wahrscheinlich jetzt ihr ganzes Leben. Und dann sowas zu sagen, da kann ja wirklich für Sandra nicht viel mehr übrig gewesen sein an Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Egal, was da jetzt vorgefallen ist oder wie sie verschwunden ist, wer dafür verantwortlich ist, wie auch immer. Da kann, glaube ich, nicht mehr so viel Gefühl übrig gewesen sein. Denn Sandra soll eine sehr liebevolle Mutter gewesen sein. Und für die Kinder tut mir das einfach unfassbar leid. Auch kann man ja, sollten noch mal neue Beweise auftauchen, Heiko D. nicht mal mehr noch einmal verurteilen. Denn er wurde ja schon mal zu Unrecht verurteilt und jetzt eben freigesprochen von dem Tatvorwurf des Totschlags. Das geht, glaube ich, seit einer neuen Gesetzgebung nur noch beim Mord. Aber dafür müsste man schon Sandras Leiche finden, seine DNA-Spuren vermutlich darauf. Und da hätte man vielleicht dann aber auch wieder eine Erklärung für. Also das würde nicht so einfach gehen, ihn noch mal zu verurteilen. Die hatten ihn übrigens damals auch nur für den Tatvorwurf des Totschlags verurteilt und nicht des Mordes, weil sie so gedacht haben, ihn überhaupt verurteilen zu können für das Verbrechen an Sandra. Weil Mord noch schwerer gewesen wäre, eben zu beweisen. Sagen wir es mal so vereinfacht. So stand das zumindest in einigen Artikeln und auch in einem Podcast vom Generalanzeiger. Und ja, wie gesagt, für Sandras Kinder tut mir das unfassbar leid. Die Tochter lebt jetzt ja schon elf Jahre ohne ihre Mutter. Die ist ja heute dann schon 17, vielleicht sogar 18 mittlerweile. Also so alt wie ihr Bruder, als die Mutter damals verschwunden ist. Und ja, für die Kinder mag ich mir das gar nicht vorstellen, wie das für die ist, so weiterleben zu müssen und nicht hundertprozentig zu wissen, war es jetzt eben der letzte Freund beziehungsweise der letzte Mann meiner Mutter oder war es jemand anders? Was ist mit meiner Mutter wirklich passiert? Und nicht mal ein Grab zu haben, um zu trauern, das ist schon wirklich für die Familie einfach schrecklich. Nicht nur für die Kinder, sondern für die Freunde, für die gesamte Familie, die eben Sandra sehr gemocht haben. Tut mir das unfassbar leid, muss man sagen. Ja, ihr Lieben, das war nun die Folge über das Verschwinden von Sandra Doland. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Mich lässt der Fall auf jeden Fall nachdenklich zurück. Vielleicht geht es ja manchen von euch auch so. Ich beende jetzt hiermit die heutige Folge und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Lia